so komm her komm schon wunderbar das sehe ich genauso ok komm schon ein gegner weniger alter was war das denn ok dann laufe ich eben außenrum ist in Ordnung man hat mich ja überredet leise mädchen sonst verdirbst du den spaß jeder hat seine gründe du tötest weil du dich gezwungen siehst verständlich hatte einen partner der weinte wenn ein fall sein ziel traf bei unserer jagd auf die banditen war sein auge dabei niemals trocken dann bist du ein menschenjäger so eine art seltener nenn mich nie ich fand heraus wo unfriede herrscht gibt es banditen erst töten sie unschuldige dann wen immer sie erwischen und dann einander aber wozu warten wir könnten uns zusammentun alle töten was sagst du kann man machen na gut jemand muss verhindern dass die anderen wehtun und das werden wir wir halten sie von allem ab außer von todes schreiben geh du ruhig voraus ich bin schon gespannt zu sehen was du drauf hast das kann jetzt was hören ok dann kennen wir uns jetzt ja krass so so kommt schon aufpassen ich schieße hier geta ja schießt du mal das ist denn hier gerade gestorben Ah ne, das ist mir auch gespannt. Ich hätte mir keine Beachtung. Wie ist das denn jetzt passiert? Wow. Jetzt laufe ich aber außen rum. Mann, Mann, Mann. Ich laufe schön draußen rum. Hier sind Eindringlinge. Ja, 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 ja. Ich erledige dich. Mach nur mal, ich hab da keine Lust drauf. Ich glaub, ich brauch mal ne neue Rüste. So. So. Ah, Reco-Area, wunderbar. Versuchen wir uns doch mal wieder ein Reibchen. Dann mal noch auf der Suche nach mir. Zack. Du gehörst mir. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Oh. 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 Komm. Oh. Wie hat das. Oh. 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 Ich komm hier raus. Genau da, wo er gesagt hat. Keine schlechte Auswahl. Das wird zum Einsatz kommen. Warum tust du das? Weil du Erfolg haben sollst. Gute Jagd. Wir reden später. Okay, aber dafür müssen wir jetzt erstmal ein paar Sachen machen. Lass mal das. So. Rohstoffbeutel definitiv vergrößern. So, das auch. Wir haben so viel Stuff, das machen wir jetzt einfach mal. Okay, den können wir ja selber machen. Ah, da haben wir noch sechs Stück. Okay. Okay. Wie machen wir das jetzt? Wunderbar. So. Das ist doch jetzt mal relativ gut ausgerüstet. Ich mach einfach mal. Okay. Oh, das passt doch. Okay. Egal. Wir haben das jetzt mal. Aber wir werden uns eine neue Ausrüstung holen. Auf jeden Fall. Oh, ich hab sieben Punkte übrig. Einmal das. Das könnte noch wichtig werden. Das ist wichtig. Warte. Oh, verdammt. So. Wunderbar. Das sieht aus wie eine alte Anlage. Eine ganz große Anlage. Oh. So. Ich muss leider jetzt ohne dich. Das weiß der Tisch auch clever gemacht. Oh. Von wo? Sehr schön. Stupe 16. Wunderbar. Ja. Komm schon. Ja. Mit Brennpfeilen nach mir zu schießen. Du blöder Sack. Du bist halt weg. So. Jetzt aber. Brennpfeile kann ich jetzt auch endlich mal machen. Aua. Nicht aufregen, alles gut. Menschliche Gegner sind ätzend. So, ich habe jetzt noch mal eine manuelle Speicherung und dann werden wir noch mal ins Gebiet gehen. Okay, jetzt machen wir mal ein bisschen mehr mit Taktik. So, ich wollte ja mal gucken. Dann hat er, glaube ich, nichts übernommen von dem, was wir hier eingestellt haben, oder? Herstellen. Machen wir mal eben schnell. Okay. Haben wir das auch schon mal gemacht. Tragkapazität. Okay. Auch nur, um mal ein bisschen aus dem Takt reinzukriegen. Warte mal. Ach, ich drücke mal die falsche Taste. Wunderbar. Jetzt gehe ich jetzt noch mal zurück zum Lagerfeuer und mache eine manuelle Speicherung. Damit er jetzt auch schön übernommen wird, was wir hier gerade gemacht haben. So. Zack. Einer weniger. Reichtümer gibt es hier schon längst keine mehr. Nur noch die alten. Vergraben in der Erde. Geht. Hey, da gehen wir mal ein bisschen. Hier ist was. Leise. Das passt. Wo sind noch alles Menschen? Ach ja. Schön, dass das jetzt endlich noch klappt. Heißkalte Killer. Ja. Ich kann durchatmen. Ähm. Genau. So, dann werden wir jetzt mal hier ein bisschen ausdrucken. Hier würde ich es auch. Sehr gut erkannt, mein Freund. Hier laufen nicht mehr allzu viele Leute um, mein Freund. Ja, mit den paar Menschen kommen wir jetzt aber auch gut. Okay. So, den dürfen wir aber trotzdem erleben. Jetzt aber. Mensch. Die Dämonen müssen auferstehen, bevor der Boden wieder friert. Diese Grabungsstellen. Sie sind riesig. So, haben wir das hier auch mal ganz kurz geräumt. Hallo? Okay. Ich wollte gerade sagen. Diese Ruinen. Was haben die Alten hier gemacht? Okay. Hier geht es dann also weiter. Hier sind sonst keine Menschen mehr. Oh nein. Nein, nein. Das ist verderber. Uiuiui. Ja. 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 Ja.